so willkommen meine damen und jahren hier zu einer neuen folge und da ist er nicht weit von den spuren weg ok das war dann wirklich nicht getroffen das ist unglaublich jetzt ist egal wir werden rechts nämlich wie schon erwähnt der hier schon zielen da ist er hier schon ziel wir haben den rot hirsch wir haben ihn das freut mich ich habe auch jetzt ein rehr auf 189 meter erlegt mit einem schuss das hat mich auch gewundert bei dem see wo es erste hirsch war habe ich auf die andere seite erzielt gut der wind ist ganz blöd wir werden die zeit vorstellen bis um 5 gut das ist 5 unser wegpunkt ist dort vorne ja und jetzt ist dann abwart natürlich und 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Na gut Untertitelung des ZDF, 2020 So Jetzt geht's ein bisschen warten Ob da jetzt der Damesch kommt oder nicht? Ob da jetzt? Ob da jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Okay. Diese Mission kann somit abgebrochen werden. Okay. 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 Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Gut. Wir werden uns auf diesen Hochstand setzen. Wir werden mal abwarten. Auf jeden Fall macht es sich gut. Bis dann. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.